Neue Woche, neue Funktionen für dich, die deinen Funnel noch cooler machen und heute ein ganz, ganz besonderes Feature, denn es geht um den neuen Listblock, den wir gebaut haben oder den haben wir erweitert. Der Listblock gehört tatsächlich zu den beliebtesten Blöcken, die wir bei Perspective anbieten. Und zwar, das ist der Listblock, wie du ihn bis heute kanntest. Das heißt, du hast links hier so ein kleines Emoji gehabt oder Foto konntest du hier einfügen und rechts hattest du den Text. Was wir jetzt hier machen können, wir stellen das Ganze zum Beispiel mal mittig zentriert. Du kannst die Größe vom Text größer stellen und jetzt wird es aber richtig cool, du kannst die Mediengröße auch größer machen. Mir gefallen diese großen Größen vor allem richtig gut, wenn wir Bilder auswählen. Schau dir mal an, wie gut das aussieht. Jetzt können wir auch sagen, wir wollen die Bilder rund machen. Das sieht einfach aus wie eine komplett neue Komponente und mir gefällt das extrem gut, wenn du jetzt zum Beispiel hier mal die Original-Komponente anziehst. Und jetzt kannst du hier solche großen, coolen Komponenten machen, die natürlich auf Desktop auch responsive-mäßig richtig cool aussehen, nebeneinander dargestellt werden. Wir releasen auf regelmäßiger Basis neue Features. Wir zeigen euch, wie diese Features euch helfen, eine höhere Konvertierungsrate, eine bessere Performance rauszuholen, euch vom Markt abzuheben. Und deshalb abonniert, wenn ihr das bisher noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann. Bis bald.